Mischgemüse, Mischgemüse Da ist, wie kaltes Wasser in deinem Gesicht Und mehr so geruchsmäßig Das ist der Geruch von Fäkalien Das ist kein exotisches Land Das ist ein Haufen Scheiße auf deinem Wohnzimmerteppich Und du fragst dich, was ist eigentlich passieren? Und diese Fragen und Ausrufezeichen Klopfen dir an der Schädelbasis Wie an ein großes, schweres Tor Wann erinnerst du mich? Du erinnerst mich? Sören war da Sören war da Kam rein, stellt sich auf deinem Wohnzimmerteppich Und durch seinen Hosenback Scheißt er dir auf dein Teppich Ja, so Ne? Er hat sich den linken Hosengrund hochgekrempft Und durch diesen Hosengrund Scheißt du dich auf den ganzen Teppich Dann holt der Seilstand aus der Tasche Und steckt sie in den Haufen Scheiße Und sagst du dir, ey der Igel, ja? Der Igel Der Pendant hier, ja? Der Pendant hier Und du guckst auf den Teppich Und denkst dir Das ist Scheiße, Sören Aber Kunst, ja? Das ist Scheiße Aber Kunst Und dann pennst du wieder weg Dann pennst du wieder weg Und du entspannst dich Weil du zum ersten Mal in deinem Leben Kunst riechen kannst Und das tut richtig gut Kunst riechen Kunst riechen Kunst riechen Kunst riechen Number Punkt